Willkommen in einer neuen Video-Kanalstücke, das ist für diejenigen, die BMW E46 oder Z3 sie. In dem Bild zu sehen ist viel abwechselnd auf oder bleibt auf dem Dreieckfehler auch manchmal. Dazu neigt, auf dir der Schnatz Handbremse zu sein, aber hey, vor allem für diejenigen, wer, wie. Gesagt, für diejenigen unter euch, die BMW, den E46 oder Z3 haben, ist es wert, wenn man sieht, dass es sporadisch vorkommt. Besonders das Dreieck, das sagt, dass es an die Adresse zu gehen scheint, sei vorsichtig, denn das ist normalerweise ein Hinweis darauf, dass der Gehrsensor zu versagen beginnt, das wäre der Drehsensor. Dieses Stück, einige von Ihnen haben sich in anderen Tutorials angesehen und nun, es befindet sich unter dem Fahrersitz, es befindet sich tatsächlich unter dem Fahrersitz. Ein bisschen weiter. Aber das Teil sieht natürlich nicht so aus, das Teil geht hier das ist, was Sie sehen werden, das ist das, es ist dieses Metallteil und das Teil würde hierher gehen. Es geht hier mit zwei Schrauben hier geschraubt, ok. Das wäre der Stecker, ich habe noch ein Video auch gemacht, um zu erklären, was dieses Stück ist. Die, die Sie mit blauen Etiketten haben, sind auch mit den anderen mit weißen Etiketten. Kompatibel, es muss das gleiche sein, nein, ich sage schon, dass ich es überprüft habe, ich habe bereits viele der weißen und blauen Etiketten geändert und sie sind kompatibel, der weißen Etiketten waren die ersten. Die montiert wurden, ich möchte mich daran erinnern, dass sie Ende 003, ich glaube, ich erinnere mich und das ist gut, es gibt mehrere. Finishes, das ist 289, das ist das, das am meisten verwendet wurde, ok, naja, wie gesagt, sei vorsichtig. Wenn du dieses Fehlerdreieck hast oder dieses Dreieck, das dir sagt, dass das Auto ins Schleudern kommt, weil es dich treffen kann, eine Angst natürlich, wenn das Licht ständig leuchtet, natürlich. Weil du weißt, dass es ein bisschen geht und du vorsichtig bist, aber das Problem ist, wenn es sporadisch und im ungünstigsten Moment passiert, in einer Kurve, mit Kies oder nassem Boden, oder seien Sie vorsichtig, seien Sie vorsichtig, denn ich kenne Fälle von Autos mit Wasserhähnen, ok, naja. Etwas anderes, wenn Sie direkt ändern, können Sie es selbst tun, ändern Sie dieses Teil. D.H. Das Anheben des Fahrersitzes wird immer unter den Sitz von der Fahrer. Wenn Sie anheben, heben Sie den Sitz an und Sie heben den darunter liegenden Teppich an, es hat kein großes Problem. Sie werden sehen, wie ich es sage, es ist Ihnen an diesem Stück geschraubt, wenn Sie es wechseln. Automatisch, wenn Sie ändern Sie es, ändern Sie das Licht des Rahmens sollte ausgeschaltet werden, die Lichter des Rahmens sollten ausgeschaltet werden, aber es kann vorkommen, dass der Teil, den Sie aufgenommen haben, in Ordnung ist und das Licht an bleibt. Wenn das Licht an bleibt, es liegt daran, dass zusätzlich diesen Teil vielen BMW 46 und Z3 vor allem gut zu tragen, dies ist für diejenigen, die Taste nicht die ASC aber die DSC haben. Wenn das Licht bleibt, es liegt daran, dass zusätzlich zu diesem Stück, dass sie die Lenkung haben, Winkelsensor, das ist ein Stück, das in die Lenksäule geht, mehr oder weniger an der A-Höhe der Knie, muss man entfernen, um etwas Plastik zu lösen. Und da sieht man darunter, das Teil habe ich schon gesagt, wenn du es trägst, dass es an bleibt, musst du es in die Maschine stecken, damit die EQ ist. Weiß, dass der Drehwinkelsensor mit diesem Teil synchronisiert ist, mit denen, die keinen Drehwinkelsensor haben, kein Problem, das Licht erlischt. Wenn Sie dieses Teil wechseln, sobald Sie es anschließen, dieses Teil schalten Sie ein, Sie schalten den Motor an und Sie werden sehen, wie die Lichter ausgehen. Aber wenn Sie nicht ausgehen, liegt es daran, dass Sie auch den Drehwinkelsensor haben und Sie synchronisieren müssten, ok, gut, der Drehwinkelsensor, der wäre dieses Stück. Ich habe es dort hingelegt, weil ich keines habe im Moment, ok, dieses Stück in der Lenksäule. Man müsste es synchronisieren, aber es muss mit einem Diagnosegerät sein, naja. Ich hoffe das Video hat gedient dir gut und wenn ja, vergiss nicht den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich hoffe das Video hat gedient.